So wie dieser Testpark Alphaventus wird auch der Global Tech One aussehen. Global Tech One in der Nordsee ist rund 41 Quadratkilometer groß und besteht aus 80 Windrädern, von denen bereits 40 verankert sind. Er wird 400 Megawatt Leistung liefern. Nach Inbetriebnahme im Sommer 2014 erhalten die SWM aus ihrem 25%igen Anteil genug Ökostrom für 140.000 Münchner Haushalte. Ein wesentlicher Bestandteil der SWM-Ausbau-Offensive Erneuerbare Energien. Offshore-Windenergie hat den großen Vorteil, dass auf See der Wind deutlich konstanter und auch stärker weht als an Land. Das heißt, man kann mit einer Windenergieanlage deutlich mehr Strom produzieren, was dann auch dazu führt, dass die Offshore-Windenergie von den Kosten relativ günstig ist im Vergleich zu anderen Technologien. Es ist momentan etwa so teuer wie Photovoltaik. Bevor der Offshore-Park Strom erzeugen kann, müssen die Einzelteile für die Anlage erstmal hergestellt und präzise zusammengefügt werden. Eine große Herausforderung beim Bau der Anlagen ist vor allem die stabile Verankerung auf dem Meeresboden. Die Global Tech One Anlagen bestehen aus stabilen Tripod-Fundamenten, die in einer Meerestiefe von 40 Metern installiert werden. So ein Fundament oder eine Windenergieanlage insgesamt ist für eine Lebensdauer von 20 Jahren ausgelegt. Und im Laufe dieser 20 Jahre sind es vielfältige Belastungen, die einmal aus der rein statischen Belastung, also aus dem Gewicht der Anlage und des Turms kommen. Es ist aber auch die Belastung aus dem Wind, aus der Umdrehung des Rotors und die Belastung aus dem Wellenschlag. Eine Offshore-Windenergieanlage wiegt mindestens 1000 Tonnen. Transportiert werden die Anlageteile mit dem Installationsschiff Innovation, das mit jeweils drei gewaltigen 900 Tonnen schweren Tripods und neun Pfählen beladen wird. Alles das dauert circa 36 Stunden. Danach jacken wir runter und fahren mit 12 Stunden Geschwindigkeit, was 25 kmh bedeutet und für die Innovation oder überhaupt für ein Schiff eine sehr hohe Geschwindigkeit ist, fahren wir raus in unser Baufeld, welches wir zehn Stunden später erreichen. Dann jacken wir uns an der dementsprechenden Position auf, wo der erste Tripod zu installieren ist, installieren diesen Tripod und sind mit dem dritten Tripod fertig, circa zehn Tage später wieder hier zum Verladen, um dann die nächsten Tripoden und Fehler in Empfang zu nehmen. Die Offshore-Windenergie befindet sich, trotz bislang großer Erfolge, am Anfang der Entwicklung. Wichtig ist die Serienfertigung. Dank dem Vertrauen in unseren Kunden, in hier Global Tech 1 und besonders Stadtwerke München als Anteilhaber, konnten wir in die Serienfertigung einsteigen. Aber dann muss man weiter produzieren, weiter installieren, sodass man die Produktivität erhöhen kann, sodass man die Laufzeiten zwischen verschiedenen Etappen eines Projektes verkürzen kann. Offshore-Windparks stehen für bezahlbaren und umweltfreundlichen Strom. Zudem schaffen und sichern sie viele Arbeitsplätze.